Eine John-Tier-Kappe sitzt man heut nimmer auf, wenn man cool ist. Da hat man früher aufgesessen, da hast du eine John-Tier-Kappe aufgesessen oder Heicher oder Fendt, gell, aber das sitzt man heut nimmer. Heute brauchst du eine Kappe, da wo Fuck draufsteht, verstehst? Dann bist du cool, was immer das auch für Pullo ist, verstehst? Du siehst das ja so auf, weißt du, und dann bist du richtig cool, verstehst? Die meine ist halt, wenn du cool sein möchtest und dann dazu noch ein bissel nuschelst. Ich bin hinterfotzig. Weil ich war i bei Oma und Opa, da is allweil wunderschön. Zu dir, wie wenn i geh, die lass mi allse lieg und steeg. Ich spiel mir fleißig Playmobil oder mit Lego. Auf einmal sagt die Oma, i fang langsam zu Koago. Ich bin ihr nicht gefolgt, die werd schon wissen, was i tut. Weil kocht sie das verkehrte, weiss i genau, i krieg a Wurt. Da is soweit, die Oma schreit, im Sessen gibt's jetzt gleich. A Lachsfilet mit Couscous. Und i werd greiden bleich. Hey, Oma pack die Fisch und schmeißen in die Iser zu. Weil i mit Opa jetzt gleich oma Gickerlhacks auch so. Ja, Gackal Gumpel, Gickerlhacks, i brauch i jeden Doß. Gackal Gumpel, Gickerlhacks, weil i des Einwand mo. Und in jedem Doß geh i zu meinem Beets gewagt. Und die Kaffer von mein Taschen gritt. Kaffer von mein Taschen gritt. Wie ist die Magents gritt. Kaffer von sie. Kannst noch mehr hanging in den Buller hören? In jedem Hüter schneit auch eine Schlagerhandel. Vielen Dank.